Es ist der, dem Sie vertrauen. Es ist der, der Ihnen Sicherheit gibt. Ein VW ist der, der zu Ihnen passt. Das VW-Zentrum Leverkusen. Hier finden Sie eine riesige Auswahl an Neuwagen und jungen Gebrauchten. Bei uns finden Sie Ihr Traumauto effizient und sicher. Hier werden Sie von erfahrenen Mitarbeitern freundlich beraten. Bei uns bekommen Sie erstklassigen und zuverlässigen Service. Wer im Handwerk selbstständig ist, kennt den Zeitdruck. Kundentermine drängen sich dicht hintereinander, oft mit viel Fahrzeit dazwischen. Man hat es eilig, dann knallt's. Es war ein Totalschaden, ein Auffahrunfall. Und dann stand ich plötzlich ohne Auto da. Ja, leider war das Auto doch irgendwann zu alt. Da hat der Motor aufgegeben. Aber die Jungs mussten schnell wieder fahrbereit sein. Rumstehen kostet Geld. Mobil zu sein ist für Handwerker das A und O. Wenn ein Firmenfahrzeug ausfällt, muss schnell Ersatz her, damit es weitergeht. Denn Stillstand bedeutet Verdienstausfall. VW-Kastenwagen und Pritschenwagen sind mit die beliebtesten Fahrzeuge bei Handwerkern. Das Volkswagen Zentrum Leverkusen hat sich darauf eingestellt. Eine große Auswahl an Fahrzeugen steht permanent für die Handwerker bereit. Egal für welchen Einsatzzweck. Am Tag nach dem Unfall bin ich hin und habe einen passenden neuen gefunden. Zwei Tage später hatte ich den schon im Einsatz. Die Berater hier im Volkswagen Zentrum sind einfach sehr gut auf uns Handwerker vorbereitet. Unsere besonderen Bedürfnisse sind da bekannt. Entsprechend schnell wird uns geholfen. Und dazu noch schon für den Geldbeutel, weil wir hier eine Finanzierung zu besonders günstigen Konditionen bekommen. Das Volkswagen Zentrum Leverkusen trägt dazu bei, dass das Handwerk mobil bleibt. Schnelle Hilfe bei der Wiederbeschaffung. Schnelle Hilfe bei der Geldbeschaffung. Faire Preise. Wenn Sie als Handwerker einen zuverlässigen Partner suchen, sind wir gerne für Sie da.